Sie schaffen Arbeitsplätze, bilden aus und kurbeln das Wirtschaftsgeschehen kräftig an. Die Unternehmerinnen von heute haben Ehrgeiz, Fleiß und Mut. Viele Gründe also, diese Persönlichkeiten einmal vor den Vorhang zu holen, bei der Nacht der Vorbilder am Sommerfest von Frau in der Wirtschaft. Die Zeit ist so schnelllebig und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man Vorbilder hat, die zum Angreifen sind. Und mit meinen Funktionären haben wir uns dann entschieden, wir machen eine Kampagne zur Lehre, die Klärndes-Klärnd-Kampagne und da nehmen wir Vorbilder mit und wir holen sie nicht nur vor den Vorhang, sondern wir gehen mit ihnen in die Klassenzimmer. 18 Bezirke und 18 verschiedene Lehren. Ziel dieser Kampagne war es, den Jugendlichen die Vielfalt der Lehrberufe näher zu bringen. Ich habe zuerst ein bisschen Bammel gehabt, weil ich mir gedacht habe, naja, dann muss ich reden in der Schule, ich muss mich ein bisschen vorbereiten. Aber es war so eine runde Geschichte und es war ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich sonst wahrscheinlich nie so erlebt. Ich habe mich schon gefreut. Es ist schon schön und es ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass man es schafft mit einem Unternehmen. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich auf diesen Beruf gekommen bin. Unternehmerinnen sind Vorbilder, nicht nur für Jugendliche, auch für andere Unternehmer. Ja, Unternehmerin ist, die ihr Leben in die Hand nimmt und ihr Leben gestaltet. Also das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sind uns Frauen und Unternehmerinnen in der VKB auch ganz wichtig, weil wir haben uns vorgenommen, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass Frauen finanziell selbstbestimmt sind und somit auch ihr Leben gestalten können. Ich muss ganz offen sagen, ich bin so begeistert von meiner Frau, das muss ich jetzt einmal inkognitul sagen, dass sie für mich ein schweres Vorbild ist, weil sie wirklich Tag und Nacht arbeitet und trotzdem immer gut drauf ist, gute Stimmung verbreitet. Und mir gelingt es als Ur-Innen-Viertler natürlich und als Mann nicht so, aber ich arbeite daran. Genügend gute Stimmung kam dafür beim Sommerabend von Frau in der Wirtschaft am Stadlerhof auf. Netzwerken, eine tolle Location und stimmungsvolle Musik. Ja, das ist sehr wichtig. Erstens, dass man zusammenkommt, dass man sich in der Gemeinschaft austauschen kann, dass man neue Menschen kennenlernt. Also das ist unser Danke an unsere Unternehmerinnen für ihr ganzes Jahr unternehmerisches Tun. Mein Danke an meine Funktionärinnen für das, dass sie sich ehrenamtlich Tag für Tag engagieren.